Hallo Redsam, wo bist du? Jetzt kommt schon, hier ist kalt draußen. Menno, ich erfriere schon. Das blöde Moped lässt sich nirgendwo abstellen. Gibt's auch nicht. Ich lege in diese Loot-Säule da ein bisschen was. Was können wir dann beim... Ja, ich weiß, ich auch. Wir haben Quest angenommen. Achso, abgeliefert ihn davon. Hallo Community, total vergessen, es tut mir leid. Ja, wir haben Quest angenommen. Säuberungs-Quest. Boah, ich fahr da mal vor, weil ich erfriere. Ich hab meine schon geshared. Ich weiß nicht, ob Redsam seine schon geshared hat. Noch nicht. Ich fahr da mal nach. Okay. Tuch dir einen Unterschlupf, es ist kalt. Ja, ich weiß. Oh, ein Cooking Land. So, ich fahr da auch wirklich durch, auch wenn da so tolle Brücken sind, die immer tolle Kisten haben. Nein, wir fahren da jetzt einfach weiter. Können wir alles mal auf den Rückweg machen. Jetzt wollen wir erstmal die Quests machen. Ein Pappenpilz. Eine Baustelle. Noch ein Pappenpilz. So, Moment, du. Hast du geteilt? Nö. Mach nochmal, bitte. Natürlich, äh, ShareQuest. So, du teilst die Quest mit deiner Gruppe. Moment, Moment, ja, ich muss den Gäern. Moment, den Dicken muss ich auch noch wegmachen. So. Spielt schon wieder. So, also, ne? Oh, oh. Quest. Na, komm schon, komm schon, mein Gewehr. Das Schwein der Lämmer, oder? Kann ich dir grad nicht sagen. Ich suche gerade den Vogel, wo er fliegt. So. Ähm, nein, die Quest ist hier ein Säubern. Nennt sich das einfach nur bei mir. So, gut. So, oder? Geht. Ups. Und dann? Hahaha. Alter, ist da weit geflogen. Da. Ich hab'n Vogel abgeschossen. Na, komm, lass dich stehen. Müssen die das Haus finden. Da ist noch ein Vogel, die mach' ich gleich weg. Hä? Wo ist das Haus da? Wo ist der Vogel? Ich mach's doch nie weg. Komm. Da ist ne Hütte. Irgendwo, äh, die Hütte ist es. Ah, schönes Gewehr, ha? Okay. Ähm, hier, das muss es sein, wenn ich das richtig sehe. Ich seh' noch nie... Man denkt, Vorsicht, da ist ne Mine. Hier ist das Ausrufezeichen. Moment, ich bin gleich bei dir, ich möchte nur das Auto noch kurz. So. Mine. Klinis. Nee, hier, bei mir ist die Mine. Kommt zurück. Hier ist die Mine. Da, wo ich jetzt hingucke. Mhm. Ah, gut. Ähm, erst einmal rein, säubern und dann wieder raus. Sehr gut, ja. Ähm, soll ich... Ähm, ich wollte gerade sagen, wollen wir uns irgendwo was suchen, wo wir uns Kiste machen? Da drüben, oben, weil es ist 11 Uhr, schaffen wir das? Da oben in den Bunker, äh, Turm drin? Gerne, ja. So. So, Holz. Oh, jetzt hab ich die ganze Munition verschossen, echt? Hätt ich nicht gedacht, okay. Da liegt ein toter Hund. Was, wo? Ähm, direkt neben dem... Direkt neben dem Turm. Da am Boden. Dann würde ich sagen, da hat da wohl jemand reingehauen. Hier, oben. Kann man schön reinbauen, da kommt jemand hin. So, äh, Aufbewahrungsküste, gell? Ja. Oh, ich, äh... Oh, ich kann keine Aufbewahrungsküste machen, warum nicht? Ich hab kein Holz dabei. So, Holz hab ich grad geholt bei dem Baum. Dann kommen wir rauf, dann mach ich den Hawaiianer fertig. So, Kiste, fertig. Okay. Ich bin grad überlegen, soll ich mir einen Schlafsack machen? So, sinnvoll wär's, gell? Da lacht er, da lacht er. Ich, ich glaub ich dazu nix sagen. So, immer noch nicht genug. Jetzt hat er. Wegen Schlafsack. Ja, ich dachte ich hätte 18 Stück, aber es hat nicht gereicht. So, Schlafsacknehmer. Der Sound in der Gegend ist extra widerlich. Ja. So, das kann ich ablegen. Das Eisen kann ich ablegen. Den Kochtopf kann ich ablegen. Ich hab so viel Zeug. Ach, siehste. Ich hab ja noch 15 EP-Punkte. 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 das ist das hier das hier mehr gebe ich jetzt erst wenn ich aus egal wir wollen ja noch was schaffen dann gehen wir rein ich bin gleich wieder da macht hat ich gehe schon mal vor der mischer funktioniert hier ist jede menge sand sand wird jede menge beton jede menge beton ich komme wieder raus wieso sind gerade drin das ist ekelhaft so abgelegt habe ich bin schon auf weg zu dir bist du reingangen hier drüben bin ich muss ich nur gucken wo die hingefallen sind denn mal wie doof seid ihr ok ich muss mein knüppel verstärken du sollst seine drauf hauen knüppel verstärken knüppel verstärken wie war das steigt auf dem hinterkopf nein schlager war das nahkopf angreifstempo wird erhöht sehr schön packesel tiefe wunden power angriffe betäuben nein bleib unten ja gut 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 also prinzipiell nach oben rein und ich fall wieder runter echt heute da rein moment durch mache hier erst mal frei oder ist ganz viele dinge drin gar auch beton ja brauchst du es ab moment moment gleich ich muss nur da ein wenig da sind sie ok wo bist du denn oben so ich bin oben über dieses vom rennen aber wo kriegen daraus da und schlange höre ich auch diese glaube ich unten und mein meter da bist du irgendwo nämlich das so jetzt kann ich ab was du lösst du lösst schon ich bin das ab das betont so eine toilette geleert ja so ich komme runter stufen ja du musst doch sein im erdgeschoss bin ich ich habe kein messer dabei doch ich habe eine klinge dabei aber ich habe doch waffe gewechselt nicht geschossen hier da unten runter das nehme ich gleich weg bevor es kaputt geht da kann man einmal schon im kreis laufen ja aber wir müssen da nicht mit rein na gut von messer so wenn er dann schon da steht dann gehe ich wieder hoch da kommt nämlich schon wieder was mach doch leer da wartest du doch schon drauf ich fange jetzt hier im erdgeschoss an innen drin im haus das man das Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber wo schreist denn du rum? Da, hier. Hast du nicht schon kaputt gemacht gehabt? Ja. Läsbisch da drauf mit der Hacke umeinander hauen. So. Willst du nach unten gehen? Ich bin Keller. Willst du den Mischer abmontieren? Ja, können wir auch gleich mit... Tja. So, ich bin voll. Ich lege mal ab. Wo war denn die Kiste? Hier, hier. Zu meiner Seite her. Und dann hier nach links. Ja. Na ja, bisher nicht schlechter Loot. Also insgesamt so ein... Schrottzeug, Sachen. Ja, kann sich sehen lassen. Ah, kommt da. So. So. Das ist okay. So, davon abgesehen, wir können den Mischer ja locker abbauen, weil wir kriegen den ja noch mal. Ah ja, den Mischer wollte ich abbauen. Ja, ist doch nicht schlimm, ich bin noch draußen. Ja. Ich hole gerade den Sand weg. Weil das sind jetzt hier nochmal knappe 1000 Sand, sogar mehr als 1000 Sand wären das. Sehr gut, weil für den Beton brauchen wir sowieso. Und wenn wir schon da sind. Was noch? Da oben musst du gucken, da ist irgendwo was verwinkelt, versteckt. Okay. So, Keller, meine ich, ist fertig. Okay. Erdgeschoss weiß ich jetzt nicht, ob ich alles habe, aber ich glaube, ich habe alles im Erdgeschoss gehabt. Also da ist jetzt gucke ich mal kurz nach oben. Warum hast du denn die Pflasterstande nicht mitgenommen? Ich war oben noch nicht so. Achso. Hier wird Keller aufgebaut. So. Da, hier, guck, ja. Das ist, was ich gemeint habe. Dann siehst du das auch. Bist du oben, oder? Ja, ja, ich bin oben. Okay. Ruhig gleich. Da. Hm, jetzt geh mal da durch. Da oben drüber. Guck mal da hoch. Ah, ja. Und diese Kerzen kann man auch mitnehmen. Genau, das heißt in dem, na, da waren wir in dem Ruh von der Waffenfabrik. Genau. Hm, hast mich sehr erfreut damit. Wusstest du das nicht mit den Kisten? Mit den, mit den Kerzen. Äh, mit den Kerzen. Äh, was ist denn los? Warum? Wird du das Klo abbauen? Da ist ein Koffer. Oh, jetzt haut der den Rahmen kaputt. Ich steh. Welcher Rahmen? Ich sag mal, was soll denn das? Ich kann nicht hoch springen. Da war nur ein Koffer. Den hab ich. Nee, hier oben ist ein Shotgun-Pseer. Revolver, Frachtkiste. Jetzt hätte ich fast dagegen geschlagen. So. So. Ne dreifache Aufbewahrungs-Ding, äh, Aufbewahrungstasche. Ja, das ist schön. Ja. So. Jetzt hat, da ist auch noch so viel von dem Zeug. So, ich, okay, ich bin wieder voll, ich geh wieder zurück. Echt? Ja. Dann gibst du aber Vollgas heute. So. 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 Okay, ich mach mal mal. Jawohl. Jaja. Dauert, ja. So. Nein, 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 nein. Soll ich noch eine zweite Aufbewahrungskiste machen? Ja, ich glaub schon, weil wir machen das Ganze ja dann noch einmal. Grüß dich. Ja, das ist leer, das weiß ich. Ich habe jetzt nur überlegt, ob daneben die Garage gleich mitmachen, falls sie auch gleich neu respawnen. Ja, das könnte man tatsächlich auch gleich. Vielleicht gar nicht so schlecht, ja. So. Ich glaube, dass es schon abgeht. Das Pre-Clearing. Oh, Gottes Willen! Die ganze Zeit denk ich mir so... Ah, du darfst dich da drüben hin, da drüben ist die Mine, da drüben ist die Mine. War es genau die Mine? Nein, es war eine andere. Mensch, und ich habe gerade gegessen und getrunken. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Und lass mich raten, alle die gerade bei mir auf dem Kanal gucken, haben sich kaputt gelacht. Oh, Gott! Oh, Gott! So. Oh! 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 damen gesellschaft zerstörte werkbank gut was dabei aber ich glaube ich will man nach oben gucken kann man da hier irgendwo wieder nee kann wieder nicht es ist doch schon wieder zu junge hund kriegen ja da steht bestimmt irgendwo was drauf ein koffer das war es ist nicht viel ja immerhin aber eine chemiestation eine werkbank das gibt schon reisen ja da oben das war der koffer ja aber die handtasche habe ich nicht einguckt so handtasche fertig gut ich gehe einmal ja und ich versuche nichts in eine mine reinzulaufen so dann würde ich sagen wenn man da jetzt abgelegt haben bevor man die quest dann starten sollten wir vielleicht die folge ja sollten wir sollten wir ich versuche irgendwie nach hause zu kommen ohne in die luft zu fliegen aber ich habe das gefühl wir werden das heute nacht eh nicht mehr weg schaffen ja 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 hab ich gerade gemerkt sollen wir das nicht hier zur sicherheit heimsicher machen schlafsicher können nur sicherheit ich weiß nicht ob wir das schaffen ja wobei wir gehen dazu 23 wir machen sie nur einmal die quest ja wir gehen auf nummer sicher wo ein sechser bogen ich habe nur einen zwei ja ich habe ein dreier was den sechser bogen her aus einer kiste in der im keller wahnsinn eine herausforderung war auch dabei ja klasse du musst zu machen ich habe keinen hammer dabei ich habe gar nichts dabei was das angeht so ja ach so ja wo ist ein holz da warte ich habe schon oder so ok gut ich habe gar keine chance heute bei dir du bist so schnell so wie es bei mir beim letzten mal war dass ich so schnell war so schnell bist du heute das ist ja ganz gesamt ergebnis zähl ja ja das sowieso ist es nur so fast jetzt ist er gerade gar nicht dran wieso ist er jetzt da und da aber das ist halt so so hier stelle ich meine kurze kiste hin ein bisschen fleisch haben wir nicht viel heimfahren werden müssen wir und fangen wir mal ja gut es geht die taste nicht mehr er hat sie geschlossen ja du darfst übrigens so dann danke ich fürs dabei sein hier dann dabei sein der arbeit gefallen hat nächste folge also morgen öffnen ja machen wir die quest ja schon oder machen wir die quest also